Wirtschafts-Schnack, der Business-Podcast für den Kreis Steinfurt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschafts-Schnack, dem Business-Podcast für den Kreis Steinfurt. Mein Name ist Carsten Schulte. Schön, dass Sie uns zuhören. Wir sind heute unterwegs in Emsdetten, genauer gesagt in der Gutenbergstraße ganz im Süden der Stadt. Und unser Gastgeber ist das Unternehmen Actos. Das Unternehmen will die Kompetenzführerschaft im Bereich Schleuderradstrahltechnik erreichen. Aber was sich genau hinter dieser Technik verbirgt, wie das Unternehmen seine Ziele erreichen will und wie der Markt überhaupt aussieht, das verraten uns heute zwei Gesprächspartner aus dem Unternehmen. Herzlich willkommen Ulf Kapitzer und Hermann Walkenhorst. Jetzt die traditionelle erste Frage an unsere Gesprächspartner Ulf und Hermann. Vielleicht stellt ihr euch einmal vor, sagt, wer ihr seid, welche Funktionen ihr im Unternehmen habt. Ja, Ulf Kapitzer. Ich bin Head of Business Development und Marketing hier bei Actos. Von Anfang an dabei. Und ja, entsprechend kümmere ich mich um die Kommunikation des Unternehmens und habe so ein paar Sonderaufgaben. Vielen Dank. Ja, hallo. Mein Name ist Hermann Walkenhorst. Ich leite den Vertrieb bei der Firma Actos. Die Stelle ist benannt als Head of Sales. Ich bin seit gut dreieinhalb Jahren im Unternehmen und kümmere mich um alles, was Neumaschinenvertrieb im Unternehmen angeht. Ja, vielen Dank für eure erste Vorstellung. Jetzt kommen wir zum eigentlich spannenden Teil, der wahrscheinlich unsere Hörer und Hörerinnen interessiert. Actos produziert und liefert Schleuderrad-Strahlanlagen. Und spätestens hier kommt die Frage auf, wer nicht vom Fach ist, versteht vielleicht gar nicht, was damit gemeint ist. Also müssen wir das einmal erklären für uns Laien da draußen. Was ist das eigentlich? Ja, das ist gar nicht so kompliziert. Es wird ein Strahlmittel auf Oberflächen geschleudert. Und dieses Strahlmittel bewirkt dann etwas auf diesen Oberflächen. Und darum geht es im Grunde. Das Strahlmittel kann entgraten, es kann entrosten, es kann reinigen, es kann auch aufrauen, die Oberflächen, aber es kann sie auch verfestigen. Okay, das wird dann gleich spannend sein, wenn wir das rausarbeiten, was sich dahinter verbirgt. Aber ehe wir ins Detail gehen, nochmal eine kurze Frage zum Unternehmen selber, Actos. Ihr sitzt hier im Gewerbegebiet in Amstetten, im Süden der Stadt. Ich habe es ja eingangs erwähnt. Wie lange gibt es das Unternehmen jetzt schon? Ja, das Unternehmen gibt es seit 2001, also sprich im 23. Jahr. Aber es gibt auch zwei davon. Und zwar wurde parallel zu dem Unternehmen, zu dem Hauptsitz hier in Amstetten, unser Fertigungsbetrieb in Konin in Polen gegründet. Wie groß ist das Unternehmen heute? Zusammen sind es gute 160 Mitarbeiter an beiden Standorten. Und ja, das ist mittlerweile schon eine Größe, mit der wir gut arbeiten können. Die Größe des Unternehmens ist ja die eine Sache. Das andere ist der Markt, in dem sich Actos bewegt. Was ist das für ein Markt? So wie du es beschreibst, Ulf, ist es relativ breit gefächert. Die Technik, die dahinter steckt, wird in ganz vielen Branchen benötigt. Darüber reden wir bestimmt gleich noch im Detail. Ist das ein großer Markt? Ja, es gibt ja gar nicht so den Markt. Wenn ich über Märkte spreche, dann kann ich das natürlich einmal geografisch eingrenzen, aber ich kann es eben auch auf Branchen beziehen. Und geografisch ist klar, als kleineres mittelständisches Unternehmen konzentrieren wir uns natürlich auf Deutschland, auf Europa, haben aber auch viele Kunden in Amerika und in anderen Teilen der Welt. Also wir können mittlerweile sagen, dass auf allen fünf Kontinenten auch Maschinen von uns stehen. Interessant ist die Bandbreite in den Industriebranchen. Also diese Schleuderradstrahlanlagen, die werden in Gießereien gebraucht, in Härtereien, in der Betonindustrie, in der Automotive-Industrie. Da gibt es ganz viele Maschinenbau, also ganz viele Anwendungen und deswegen ist das Ganze auch sehr komplex und interessant. Was die Frage aufwirft, wie komplex die Berufsbilder sind, die hier im Unternehmen abgebildet werden. Also was muss man lernen, um bei Actos zu arbeiten? Ja, hier in dem Stetten, ich sagte es ja schon, ist der Hauptsitz und da haben wir natürlich einmal den ganzen kaufmännischen Bereich des Unternehmens, aber auch die Technik. Sprich, wir haben hier natürlich auch viele Berufsbilder. Fangen wir mit der Technik an. Da haben wir natürlich die gelernten Techniker, dann aber auch Ingenieure, Wirtschaftsingenieure, technische Ingenieure, ganz unterschiedlich. Dann ganz klar für die Programmierung der Anlagen. Wir schreiben die Programme selbst, haben wir auch die entsprechenden Fachleute, sodass wir da hier schon allein im technischen Bereich breit aufgestellt sind. Und hinzu kommt dann der kaufmännische Bereich, wo wir von Industriekaufleuten bis Betriebswirten dann einiges haben. Das ist ja ein relativ breites Bild und wenn man sich im Moment so in der Industriewirtschaft umhört, dann ist immer die Rede vom Fachkräftemangel, dass das Münsterland und der Kreis Steinfurt ist ja traditionell wirtschaftlich ganz stabil aufgestellt. Wie sieht denn das hier aus mit dem Thema Fachkräfte? Seid ihr betroffen? Ist es schwierig für euch, Stellen zu besetzen? Ja gut, wir sind natürlich genau wie allen anderen von den demografischen Herausforderungen genauso betroffen. Also das wäre ja ein Ding, wenn das jetzt bei uns ganz anders wäre. Aber wir glauben, dass mit einer gewissen Abhebung von der Masse wir doch interessant sind für Arbeitskräfte. Und das versuchen wir durch ein paar Maßnahmen hinzubekommen. Engagieren uns auch stark im Bereich Praktika und Ausbildung. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die mal bei uns waren zur Ausbildung auch gerne hier bleiben oder kurz mal weggehen für ein Studium oder für einen anderen Job, aber dann auch gerne wiederkommen. Wir haben ja, beziehungsweise du hast ja gerade schon erwähnt, dass euer Verbreitungsgebiet, im Grunde euer Vertriebsgebiet mittlerweile international aufgestellt ist. Wenn man so guckt auf eure Kunden, gibt es so Schwerpunkte, in denen ihr eure Kunden erreicht, also geografischer Natur? Geografischer Natur, das kommt so ein bisschen auf die Industrialisierung der einzelnen Regionen an. In Deutschland haben wir zum Beispiel im Süden natürlich ganz stark die Automobilindustrie. Dann in den Industrieländern, so wie Frankreich, England oder auch in Skandinavien sind wir gut vertreten. Aber dann gibt es auch Länder, die eben mehr landwirtschaftlich geprägt sind oder tourismusgeprägt sind, wo wir natürlich nicht ganz so stark sind. Aber hinzu kommt natürlich auch ein lokaler Wettbewerb. Das muss man auch mit berücksichtigen. Wir haben jetzt auch schon gesprochen oder ein bisschen was gehört über die verschiedenen Einsatzgebiete. Ich will es aber noch einmal konkretisieren, in welchen Branchen selber wird denn Strahltechnik tatsächlich sehr häufig verwendet, nur damit man das ein bisschen einschätzen kann? Ein ganz wichtiger Bereich ist der Automotive-Bereich, weil da gibt es auch viele verschiedene Anwendungen. Wie ich schon eingangs sagte, vom Entrosten, Entgraten, aber auch zum Verfestigen. Und das Verfestigen, das ist schon, ich sag mal, so die obere Liga in der Strahltechnik. Da geht es also wirklich um Strahlparameter, die da erreicht werden müssen und zwar kontinuierlich und gleichmäßig und auch auf hohem Niveau. Und da tummeln wir uns ganz gerne, denn du sagtest schon eingangs Kompetenzführerschaft in der Schleuderradstrahltechnik. Also wir sind nicht der, der mal irgendwie eine Strahlanlage baut, sondern wir lösen die Probleme beim Kunden. Und wir gehen die Sache ganz anders an. Wenn der Kunde auch schon eine Vorstellung hat von seiner Anlage, die er braucht, dann schauen wir uns das, hinterfragen das einfach nochmal und schauen uns das genau an und können da vielleicht auch, weil wir ja nun mal auch in vielen Unternehmen unterwegs sind, mal ganz neue Aspekte auch zeigen. Das ist eine sehr schöne Überleitung zum Thema Technik. Darüber wollen wir natürlich noch ein bisschen was erzählen. Für eure Kunden wird das jetzt weniger Neuland sein, aber für Hörerinnen und Hörer, die tatsächlich bisher sich da mit dem Thema nicht beschäftigt haben, was wahrscheinlich die meisten sein werden, ist das dann wahrscheinlich ein bisschen hilfreicher. Welche Arten von Anlagen, vielleicht fangen wir mal ganz einfach an, gibt es denn überhaupt? Ich habe so Stichworte im Knopf, Kopf, Rollbahn, Hängebahn, Trommel, was verbirgt sich denn dahinter? Es hört sich schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut an, was das Anlagentechnische angeht. Also grundsätzlich ist es so, wir kommen ja mit unserer Anlagentechnik von einer Anwendung. Das heißt, diese anwendungstechnische Beratung ist ein ganz wichtiger Punkt in der Kompetenz der Schleuderer-Technik, dass wir den Kunden richtig beraten und da unterscheiden sich halt die verschiedenen Technologien. Wenn wir sagen, wir haben tendenziell Schüttgüter, kleinere Teile in großen Mengen zu verarbeiten, dann sprechen wir oftmals von einer Trommelstrahlanlage, wo ich halt wirklich in ein Gefäß Einzelteile gebe, um sie dann für die Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Dann gibt es die klassische Muldenbandstrahlanlage, die ein sogenanntes Gummiband in der Anlage hat und auch das gut in Bewegung versetzt. Und die gibt es auch nochmal in einer Stahlausführung, eine Raubbandstrahlanlage, die auch für Schüttgüter sehr, sehr gut ist. Und dann gibt es die nächste Produktfamilie, wo ich horizontal in der Ebene Güter transportiere, um sie durch eine Strahlanlage zu bringen. Dann gibt es die klassische Rollbahnstrahlanlage oder auch eine sogenannte Drahtgurtstrahlanlage. Und wenn ich dann die Teile in der Vertikalen im Durchlauf oder vielleicht auch vor Kopf, da spricht man von einer Hängebahnstrahlanlage, wo ich das Teil hineingebe, dann einmal bearbeite und wieder hinausbekomme. Oder auch so eine Anlage, die ich dann im Durchlauf betreibe. Das sind so die grundsätzlichen oder grundsätzlich verschiedenen Anlagentypen. Hermann, du musst mir jetzt nochmal ein bisschen aushelfen. Dann ist zwei verschiedene Strahlanlagentypen oder Funktionsweisen, hatte ich mir aufgeschrieben, das Thema Druckluft und das Thema Schleuderrad. Also Schleuderradstrahltechnik ist ja schon in eurem Namen, also in dem, was ihr in eurer Selbstbeschreibung stehen habt. Was sind die Unterschiede von beiden und was macht man damit? Ja, also der Bereich Druckluftstrahlen heißt, dass ich mit der sogenannten Druckluft ein Strahlgut in Bewegung versetze und dann habe ich eine sogenannte Lanze, wo ich dieses Strahlgut freigebe, um dann halt Oberflächen zu behandeln. Das wird oftmals in sogenannten Freistrahlräumen genutzt. Na, wir setzen im Gegensatz dazu zu dem sogenannten Schleuderrad. Das heißt, ich habe eine Maschine, nehme ich das Strahlgut durch ein Schleuderrad, dann in Beschleunigung versetze, um auf das Produkt zu treffen. Das heißt, einmal gibt es die sogenannte mannlose Bearbeitung, würde ich es einmal grob umschreiben, ist mit dem Schleuderrad. Und das Druckluftstrahlen ist tendenziell eher eine Technologie, die dann von Hand oder noch von Menschen bedient wird. Also Schleuderrad funktioniert wahrscheinlich so ein bisschen wie so eine Zentrifuge, dass man das so beschleunigt. Muss man sich das so vorstellen? Ja, genau. Ich habe einen Zuteilschlauch, der dieses Strahlgut dann zu einer Turbine, zu dem Schleuderrad hinführt und durch das Schleuderrad, durch die Bewegung, durch die Drehbewegung versetze ich dann das Strahlgut in Bewegung. Jetzt haben wir ein paar Mal Strahlgut, Streugut gehört. Stellt sich die große Frage, was nehmt ihr eigentlich, um eure Materialien, Produkte damit zu bestrahlen? Was für ein Material wird da verwendet? Mhm. Also grundsätzlich unterscheiden wir da eigentlich zwischen einem Stahlstrahlgut oder Aluminiumstrahlgut. Dann gibt es auch noch das Edelstahl, was vielfach verwendet wird. Grundsätzlich ist genau das der Casus Clactus. Das ist ein ganz interessanter Bereich, weil wenn wir in die anwendungsthehnische Beratung gehen, gibt es natürlich das Schleuderrad. In verschiedensten Varianten, aber immer in Kombination mit einem Strahlgut, um überhaupt die Lösung für die Anwendung zu finden. Es gibt dann das Verfestigen, wo wir dann versuchen, die Oberfläche robuster zu gestalten, sage ich einfach mal. Dann gibt es aber auch Anforderungen, wo man sagt, ich möchte eine gewisse Rauigkeit erreichen, um Teile vorzubereiten für den weiteren Prozess. Und genau das ist die Anwendungstechnik, die wir hier im Hause auch ins Ziel bringen, in Form von Versuchen, durch Simulationen, die wir durchführen können, um dann wirklich die Anwendung für den Kunden individuell zu lösen. Ich habe dann gleich noch eine Nachfrage zu. Es geht um ein besonderes Strahlmittel, aber vorher mal eben die Frage, gibt es spezifische Anwendungszwecke, die ein ganz spezifisches Material erfordern? In Klammern, ich kann mir schon vorstellen, dass das genau so ist, sonst wäre es ja irgendwie albern. Aber vielleicht könnt ihr es mal ein bisschen erklären, welches Material verwendet ihr, um welchen Anwendungszweck zu bedienen? Ja, also Beispiel wäre Aluminium, Aluminium, wo wir sagen, ich habe Aluminiumteile, die in der Oberfläche noch vergütet werden müssen. Da nimmt man tendenziell auch eine Aluminiumstrahlmittel. Das hat grundsätzlich den Zweck, wenn ich da mit einem Stahlgute draufgehen würde, habe ich natürlich das Problem der Korrosion bzw. der Anhaftung von einem Stahlstrahlgut, was einfach von der Materialgüte nicht zu Aluminium passt. Und jetzt kommt die Frage, die ich schon angedroht habe. Im Vorgespräch hat Ulf mir erzählt, ihr schießt auch mit Walnuss, also Walnüssen, Schalen. Das möchte ich jetzt gerne mal ein bisschen erklärt haben. Ja gut, ich hatte ja gesagt, wir suchen immer Lösungen für Kunden und manchmal hat man eben Anforderungen, da müssen wir selbst probieren, testen. Und wir hatten schon einige Anforderungen, wo einfach ein Walnuss, Schalen, Strahlmittel Sinn machte. Das ist aber, das wird deine nächste Frage sein, wie viel Prozent das wohl ausmacht. Das wird kein ganzes Prozent sein. Also es ist wirklich ein Exot, aber es kommt vor. Das hast du schon richtig geahnt. Das wäre meine Frage gewesen. Ich habe mir allerdings schon gedacht, dass das kein Produkt ist, was man jeden Tag hier im normalen Alltag einsetzt. Trotzdem, wie kommt man denn darauf, also wie seid ihr darauf gekommen, mit Walnussschalen oder dem Material, aus dem das besteht, zu schießen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen auf Oberflächen? Wie testet man denn sowas oder wie kommt man auf die Idee? Das ist Erfahrung unserer Techniker. Also die machen ja sehr viele Versuche. Die werden auch bestens bei uns halt festgehalten und ausgewertet. Und dann kommen die eben auf die Ideen, wenn sie die Anforderungen der Kunden spezifisch genannt bekommen, dann wissen die das. Okay, das heißt also langjährige Erfahrung führt zu Walnussschalen. Gibt es denn bestimmte Materialien, bei denen man, also ich frage mal anders, wo sind denn die Grenzen für euren normalen Materialeinsatz? Womit kann man denn überhaupt arbeiten, das was ihr tut und was geht einfach aus technischen Gründen nicht? Es gibt natürlich Strahlmittel, die wir aufgrund der hohen Energie, die unsere Turbinen auf die Oberflächen aufbringen, gar nicht gut einsetzen können. Das ist zum Beispiel Glas oder Keramik. Das ist wiederum, Hermann hat es ja beschrieben, im Druckluftstrahlen sehr gebräuchlich. Im Schleuderradstrahlen, auch da nicht ausgeschlossen, auch da gibt es Anwendungen für, aber sehr, sehr, sehr selten. Ich frage mal eben zwischendurch, wenn wir über so Material reden, Aluminium, Walnussschalen, Glas oder ich glaube Porzellan hast du gesagt, Keramik. Ihr schießt jetzt nicht Omas Besteck oder Geschirr durch eure Maschinen, sondern wir reden hier über ganz feines Material. Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist immer ein Granulat. Also fein gemahlen. Ja, genau. Okay. Könnt ihr dieses Material, von dem ich glaube, dass eine ganze Menge durch so eine Turbine geht, eigentlich in irgendeiner Form sammeln, recyceln, neu verwenden? Ja, das ist das Schöne an unseren Anlagen, dass wir das Strahlgut wiederverwenden. Das heißt, wir betreiben unsere Anlagen mit einem sogenannten Kreislauf und wenn man das Strahlgut dann beschleunigt hat und das Material vergütet oder verbessert hat natürlich, wird dieses Strahlgut wieder zurückgeführt. Das wird sogar gereinigt. Das heißt, auch wenn dieses Strahlgut immer wieder auf die Teile auftrifft, zerkleinert sich das, es hat Verschleiß und wir nutzen dazu die Luft und trennen dann mittels Luftfluss das Strahlgut vom Staub, was wir dann danach sogar reinigen, um halt dieses Strahlgut dann immer in einem qualitativ guten Zustand zu halten. Wir sprechen dann von so einem sogenannten Betriebsgemisch, was wir da herstellen in der Anlage, um dann auch wirklich sicherzustellen, dass die Oberfläche auch immer gleich behandelt wird. Jetzt fällt mir gerade was ein, so spezifisch, wie du das beschreibst. Gibt es hier sowas wie ein Betriebsgeheimnis? Ist also die Mischung, das Material, was ihr verwendet, um ein Objekt zu strahlen, ist das geschützt? Ist das Insiderwissen, das ihr euch erarbeitet habt oder ist das so ein Markt, in dem ihr euch bewegt, in dem alle wissen, wie es funktioniert? Ja, das ist ja gerade das Kniffliege an der ganzen Geschichte, weil diese Anwendungstechnik, also für die Anwendung die beste Lösung zu finden, das ist genau das, wovon ich sagen kann, da ist viel Know-how hier, um den Kunden wirklich korrekt zu beraten. Aber grundsätzlich das Strahlmittel, das Strahlgut ist etwas, was ich am Markt erwerben kann. Ich muss es nur richtig einsetzen. Das heißt, Strahlgut in der richtigen Mischung, ein gutes Betriebsgemisch, das richtige Schleuderrad, wovon wir auch verschiedene Durchmesser haben, verschiedene Leistungsstufen und ich muss dann final sogar auch noch die Anlage richtig betreiben. Das ist tatsächlich ein guter Anknüpfungspunkt. Nehmen wir mal einen Anwendungsfall. Da kommt ein Kunde, der hat ein Produkt, was er von euch behandelt haben möchte, der stellt euch das hin. Ihr geht ja jetzt nicht in irgendeine Art von Massenfertigung, spannt das irgendwo ein und werft dann irgendwie Aluminium oder Walnussschalen da drauf, sondern das muss ja mal getestet werden. Also wie geht das bei euch vonstatten, wie ist so ein normaler Ablauf, ehe ihr euch traut, tatsächlich konkrete Produkte zu behandeln im Kundenauftrag? Ja, das geht über die anwendungstechnische Beratung dann in dem Bereich, wo wir sagen, wir müssen es testen. Das machen wir sehr, sehr häufig für unsere Kunden. Das ist auch etwas, was wir gerne mit unseren Kunden zusammen machen. Das heißt, wir halten hier Maschinen vor, die können wir einrichten, wir können sogenannte Vorversuche durchführen und dann werden die Teile vom Kunden mit einem spezifischen Strahlmittel gestrahlt. Und die Ergebnisse kann man direkt sehen. Wir können die Rauigkeit messen, verschiedenste Messmethoden können wir durchführen, um halt die Qualität dem Kunden dann zu bestätigen. Das ist eigentlich auch noch ein Thema, das mich interessiert. Wir haben jetzt, also ihr habt jetzt ein paar Mal von verfestigen gesprochen, also Oberflächenbehandlung, etwas strahlen, bestrahlen, um eine bestimmte Oberflächenqualität zu haben, also zu entgraten, zu entzundern, ist ja auch noch so ein Thema oder anders zu bearbeiten. Aber verfestigen, was genau verbirgt sich denn dahinter? Ja, verfestigen ist ein super interessantes Thema, weil wir da die Oberfläche aufwerten. Wir machen sie robuster gegenüber Verschleiß. Ein tolles Beispiel ist immer das Getriebe vom Pkw oder auch vom Lkw, wo ich Zahnräder immer wieder neu zusammenbringen muss über viele, viele Kilometer. Und genau da setzen wir an mit unserem sogenannten Shotpeaning-Prozess, den wir mit unseren Anlagen realisieren können. Da können wir die Oberfläche so verfestigen, dass die Zahnräder über viele, viele Tausende von Kilometern durchhalten und auch den Anspruch gerecht werden, den wir heute auch an Fahrzeuge zum Beispiel haben. Ich gebe mal eine kurze Selbstanzeige. Ich hatte keinen Physikleistungskurs und mein Physiklehrer würde wahrscheinlich sagen, er war froh, dass er mich los war. Deswegen einmal für mich als Laie erklärt, wie verfestigt man Materialien, indem man etwas darauf schießt? Naja, im Grunde ist das ja wie ein Schmiedeeffekt. Bei einer Schmiede ist es ja der Hammer, der ganz oft auf die Oberfläche auftrifft und bei uns ist es das Strahlmittel, was millionenfach eben auf Oberflächen geworfen wird. Und wie Herrmann schon sagte, entsprechend der Qualität, die ich hinterher erreichen möchte, eben in unterschiedlicher Intensität und Länge. Und dieses Auftreffen der Partikel auf den Oberflächen verdichtet die Oberfläche im Mühlbereich. Und das reicht schon, um die Eigenschaft zu verändern und dadurch eine längere Standzeit zu erlangen. Jetzt habe ich in dem bisherigen Podcast schon verstanden, das ist kein Massenjob, sondern hoch individualisiert, jeweils abgestimmt auf das spezifische Produkt. Deswegen die Frage, wie standardisiert laufen diese Prozesse bei euch ab? Wie sehr könnt ihr auf Routine setzen in diesen sehr individuellen Anforderungen? Ja, im Grundsatz haben wir ja unser Produktportfolio, woraus wir uns bedienen können. Und immer anwendungsbezogen versuchen wir natürlich die beste Lösung aus diesem Maschinenportfolio dann für den Kunden zu entwickeln. Das heißt, gerade bei großen Anlagen, die dann für Stahlkonstruktionen beispielsweise genutzt werden, da ist der Individualisierungsgrad sehr, sehr hoch. Das heißt, dass wir dann sagen, da brauchen wir eine Länge, Breite in der und der Dimension und dann geht es in die Auslegung. Und da können wir uns natürlich dann von unserem Produktportfolio bedienen und das dann entsprechend für unsere Kunden auslegen. Jetzt waren wir, bevor wir ins Gespräch gestartet sind, durfte ich einmal kurz in eine der Hallen unten einen Blick reinwerfen und mir ein paar dieser Geräte ansehen. Wo kommen die eigentlich her, eure Anlagen? Baut ihr die selber oder bezieht ihr die von irgendwo? Ja, die bauen wir selbst. Also wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe, um auch das Know-how im Hause zu halten. Das heißt, von dem Blechzuschnitt bis zum Formen der Materialien, Schweißen, die ganzen Konstruktionen, das machen wir alles in-house. Und auch die Elektrifizierung passiert bei uns, inklusive der Entwicklung der Software. Das heißt, wir machen eigentlich alles selbst. Das bedeutet, alle Maschinen kommen im Grunde von euch. Gibt es denn Produkte, die euch selber überraschen? Also obwohl ihr eine Menge Sachen sehr individuell auf Kundenanforderungen abstimmt, ist ja wahrscheinlich doch vieles Routine. Also die Lösungen, die man da findet, sind Lösungen, die ihr schon etliche Male gefunden habt, weil es einfach bestimmte Anwendungszwecke, die wiederholen sich. Aber gibt es Dinge, die auch für euch ungewöhnlich sind in der Vergangenheit? Habt ihr etwas, was herausragt? Es gibt immer wieder neue Projekte und interessante Anwendungen. Ich finde es zum Beispiel ganz toll, dass wir mit unserer Schweurradstrahltechnik beispielsweise Motoren recyceln. Das heißt, nach ihrer normalen Lebensdauer werden bei einem Kunden von uns Motoren wieder zurückgeführt, demontiert und wir dürfen die Oberfläche nochmal, wie soll man sagen, finishing oder finishen und danach gehen die wieder in den zweiten Lebenszyklus zurück. Und das finde ich einfach toll, dass wir sagen, Mensch, wir sind Bestandteil dieser Kette von Materia Aien. Das heißt, wir sind nicht derjenige, der etwas macht und der Artikel wird irgendwann dann entsorgt, sondern wir sind sogar noch beim Step 2 dabei. Das ist spannend. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass man einen Motor, der eigentlich seine Lebenszeit ja dann irgendwann erreicht, dass man den nochmal neu aufsetzen kann. Müssen wir uns Sorgen machen? War vermutlich nicht. Nicht, wenn es bei Actors durchgelaufen ist. So viel kann man wohl sagen. Gibt es dann eigentlich Grenzen in der Technologie? Also meine Frage zielt so ein bisschen darauf ab, das ist ja nicht neue Bestrahlungstechnik und die Anwendungszwecke sind ja vielfältig, wie wir jetzt gelernt haben. Ist das ein Markt, eine Technologie, die für sich genommen einfach ausgereift ist? Ihr wisst genau, was ihr machen könnt. Ihr wisst, wie ihr es machen könnt. Oder ist das ein Markt, in dem es auch Innovationen immer noch gibt? Auf jeden Fall. Also ich denke, die Weiterentwicklung auch im Bereich Schleudertechnik geht kontinuierlich weiter. Und auch die Berechtigung dieser Technologie am Markt ist, finde ich, heute wichtiger denn je, weil wir kommen aus dem Bereich, wir wollen unsere Materialien lange benutzen, lange wiederverwenden. Und da, finde ich, spielt die Oberflächentechnik eine sehr, sehr große Rolle, weil je besser ich Dinge präpariere, desto länger kann ich sie nutzen. Ich kann sie wieder in den Verkehr bringen. Und dadurch ist die Schleudertechnik definitiv eine Technologie, die sich immer am Markt weiterentwickeln wird. Und auch mit unseren Anwendungen entwickelt sich die Technik auch immer weiter. Die Walnusschale hatten wir heute schon besprochen, was wirklich eine spannende Nische auch ist. Aber es kommen immer auch wieder neue Dinge auf uns zu, wo wir gefragt werden, Mensch, können wir das vielleicht doch mit einer Strahlanlage lösen? Und manchmal funktionieren Dinge natürlich auch nicht, das sind dann physikalische Grenzen oder einfach geht einfach nicht, kann man so einfach pauschal sagen. Aber es kommen immer wieder neue Anwendungen auf uns zu, wo wir sagen, Mensch, da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht, dass da auch eine Schleuderradstrahlanlage sehr, sehr nützlich sein kann. Hermann, du hast gerade schon ein Stichwort genutzt, in gewisser Weise nachhaltig zu sein, mit dem Verweis auf Motoren, denen ihr ein zweites Leben einhaucht. Nachhaltigkeit ist aber natürlich auch ein großes Thema in eurer Branche. Es erfordert einen gewissen Energiebedarf, Materialeinsatz. Wie geht Actos dann mit diesem Thema um? Da haben wir uns schon vor ein paar Jahren zusammengesetzt und haben uns Gedanken dazu gemacht. Und da haben wir dann ein CSR-Team gebildet, also Corporate Social Responsibility. Unter diesem Begriff, da fallen ja mehrere Bereiche. Da ist es ja einmal der Bereich Arbeitsplatz und Mitarbeitende, dann ist es der Bereich Produktverantwortung, der betriebliche Umweltschutz und auch das Gemeinwohl. Und unter diesen Fragen haben wir erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Was machen wir überhaupt alles? Was vielleicht auch ganz anders benannt wird, aber wir haben dann festgestellt, wir waren schon auf vielen Feldern unterwegs und haben uns dann Ziele gesetzt. Was wollen wir denn noch erreichen? Was können wir, wo können wir noch innovativ sein? Und auf dem Weg sind wir jetzt gerade und wollen dann auch eine Berichterstattung anstreben, die wir eigentlich noch gar nicht machen müssen als kleines Unternehmen. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass ihr es im Grunde auch nicht dabei belasst, viele der Punkte, die in diesem CSR-Bereich drinstecken, haben auch Eingang gefunden in so einen allgemeinen Code of Conduct, den man bei euch auf der Webseite nachlesen kann. Was mich zumindest erstaunt hat, weil es wirklich nicht die Regel ist, bei Unternehmen für sowas einzustehen, das auch so nach außen zu vertreten. Was genau ist dieser Code of Conduct und was verbirgt sich dahinter? Naja, im Grunde sagt der Code of Conduct, was man unter Wirtschaften versteht, welches Selbstverständnis man hat und welche gesellschaftliche Verantwortung die Unternehmensführung eben eingeht. Und deswegen fanden wir das ganz interessant, das auch ganz transparent eben zu veröffentlichen, damit eben potenzielle Partner aussehen, mit wem habe ich es da überhaupt zu tun? Also eine schöne bunte Website ist eine Sache, aber vielleicht mal ein paar Ideen darüber zu bekommen, wie die Menschen dort arbeiten, ist dann vielleicht noch ein weiterer Schritt. Und das ist eigentlich so die Motivation. Auf der anderen Seite, wenn man in der Automobilindustrie unterwegs ist, da ist das schon verbreitet und folglich seien wir uns da in guter Umgebung damit. Und ich vermute, ihr könnt das auch im Unternehmensalltag einigermaßen umsetzen. Es ist immer das eine, blumige Worte sind natürlich schön, aber kann man das dann auch am Ende mit Leben füllen, wie man so schön sagt? Ja, richtig. Das ist aber auch eben eine Sache der Information, also wir haben wirklich alle Mitarbeiter über diesen Code of Conduct informiert, wofür er steht, die Inhalte nochmal erläutert und sodass da auch eigentlich jeder darüber Bescheid weiß. Vielen Dank für diese wirklich schönen Insider-Informationen, kleinen Einblicke ins Unternehmen. Zum Schluss haben wir noch zwei unserer Standardfragen, die wir all unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern stellen, nämlich einmal eure Verbindung in den Kreis Steinfurt. Wie ist die eigentlich? Ja gut, das kann man auch wieder von ganz vielen Gesichtspunkten aussehen. Einmal logistisch gesehen muss ich nicht sagen, dass der Kreis Steinfurt einfach super aufgestellt ist, die Autobahnanbindung, der Flughafen und so weiter. Aber dann ist für uns auch wichtig das soziale Umfeld, also einmal, du hast ja schon angesprochen, die Mitarbeiter, die man hier eben findet, gut ausgebildetes Fachpersonal und dann muss man ja auch sagen, dass für die Wirtschaft hier so einiges getan wird. Auch gerade muss ich auch sagen, hier die Stadt Emsdetten, mit der wir gut zusammenarbeiten. Es gibt gute Wirtschaftsverbände und man vernetzt sich eigentlich hier sehr stark und das macht die Region dann dadurch auch wieder stark. Und zum Schluss die Frage an euch beide, was motiviert euch eigentlich jeden Tag hier in die Gutenbergstraße zu gehen und zu arbeiten? Ja, eine tolle Frage, eine schöne Frage auch am Ende des Gesprächs. Die Motivation ist da, mit diesem Team Lösungen zu finden, zusammenzuarbeiten. Ich finde Maschinenbau ist ein super interessantes Feld, gerade wenn ich Lösungen erarbeiten kann mit einem motivierten Team. Und das zeichnet aktuell auch wirklich aus in dem Bereich, wo wir wirklich jeden Tag gemeinschaftlich Lösungen finden, gut als Team mit den Kunden umgehen, partnerschaftlich arbeiten und ja, das ist eine sehr, sehr gute Motivation. Ja, bei mir ist es ähnlich. Was ich interessant finde, ist einfach, dass die Anforderungen immer unterschiedlich sind. Manchmal denkt man, kommt der Kunde mit einem Werkstück, was er mit unseren Maschinen bearbeiten möchte und man denkt, ah, ich weiß schon, er will das und das. Er will genau was anderes. Dass diese Überraschung macht es einfach und dann diesen Prozess auch mal intern zu beobachten, wie sowas gelöst wird hier, das macht einfach Spaß. Jetzt gerade in den letzten Jahren dann auch das Hinzukommen der Digitalisierung. Hermann hat davon gesprochen, wie wichtig es ist, Versuche zu fahren. Und ich als Kaufmann habe immer gesagt, die Techniker, die lernen das doch, die müssen das doch errechnen können. Nein, das geht leider in den seltensten Fällen nur. Aber mit der Digitalisierung kann man jetzt auch schon ein paar Versuche vielleicht ersetzen, indem man sie simuliert. Und da sind wir auch ziemlich stark unterwegs in dem Bereich. Und diese Veränderungen zu beobachten, finde ich höchst spannend. Also da gibt es Motivation genug. Schöne Schlussworte. Ulf Kapitzer, Hermann Walkenhorst, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für die Einblicke ins Unternehmen und euch alles Gute in eurem weiteren Job. Danke gleichfalls. Vielen Dank. Der Wirtschaftsschnack ist eine Produktion von Wirtschaft Aktuell. Alle Folgen gibt es überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Damit Sie keine Folge verpassen, folgen Sie uns gerne auf diesem Kanal oder aktivieren Sie die Glocke. Wir freuen uns auf Ihr Feedback auf Social Media oder per E-Mail an redaktion.wirtschaft-aktuell.de